Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Das Fundament von Somatic Consent. In diesem Kurs geht es um das Wesentliche, das Fundamentale der Arbeit von Somatic Consent. Wie in den vorangegangenen Kursen Neustart, Selbstliebe, Genuss und Spielen, fügt sich in diesem Kurs das Fundament von Somatic Consent alles zusammen. Also das heißt, in diesem Kurs wirst du sozusagen das gesamte Verständnis bekommen des gesamten Systems Du wirst in die Mechanismen der Selbstliebe deiner Haut eingeweiht und kannst sozusagen in eine genussvolle Aktion deiner eigenen Wahl gehen, wenn du weißt, wie du deine eigene Haut verwenden kannst zum Fühlen und das Drei-Minuten-Spiel, wie du initiieren kannst, die Erfahrungen mit anderen Menschen zu haben, die du haben möchtest. Also dass du sozusagen deine Aktionen umsetzen kannst und deine Wünsche in anderer Menschenaktion. Und darüber hinaus geht es in diesem Kurs darum, wie sich alles zusammenfügt. In diesem Kurs zeige ich dir, wie das somatische Consent Engagement System sich sozusagen als eine Einheit in ein System verbindet, das es für dich zugänglich macht und aufschließt, in welcher Aktion du mit wem bist, dass du sozusagen wie ein Schlüssel, wie eine Matrix die Grafiken benutzen kannst, ein Verstehen herzustellen, das für dich und für andere Menschen sinnvoll ist. Denn wir müssen alle, um eine gemeinsame Sprache zu sprechen, dasselbe Vokabular lernen. Und es gibt nichts Einfacheres, als dieses Vokabular zu lernen in dem Verständnis von Bildern und einer physischen, emotionalen Erfahrung in deiner eigenen Haut und in deinem eigenen Körper zu haben. Also ich hoffe, dass du in diesem Kurs genauso tief in die Materie einsteigen möchtest, wie ich das mache und wie das viele andere gemacht haben. Und bitte nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um die Erfahrung auch wirklich zu integrieren, zu fühlen und zu verstehen. Ich hoffe, dass ich dich auf der anderen Seite irgendwo in einem der anderen angebotenen Kurse und Online-Training sehen kann oder irgendwo im Leben in einem wirklichen Workshop, wo wir die erfahrenen Dynamiken auch wirklich miteinander ausprobieren, wo du gezeigt bekommst, wie sie im Leben funktionieren und dass sie im Leben funktionieren und wie du sie im Leben anwenden kannst. Also ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis wir uns irgendwann sehen.